Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen weiteren Video. Das ist jetzt ungefähr der 5000. Versuch, nachdem ich eben bei drei Videos mein Mikro aus hatte und eben hier gelabert habe, ohne den Ton aufzunehmen. Naja, ich konnte gerade echt kotzen. Aus diesem Grund ganz kurz gehalten. Es war über den Video angesagt und es geht um den Sieger des kleinen Bauwettbewerbs. Ja, ich bin gerade sichtig genervt oder hörbar genervt. Ähm, das ist der Sieger hier. Ganz kurz gemacht. Ich habe mir übrigens alles angesehen. Alles angesehen. Wirklich jeden einzelnen Stein habe ich hier umgedreht. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde das hier am besten von der Idee hier. Einfach hier mal Minecraft so gezeigt, wie es ist. Und ja, das ist der Sieger. Danke an dich. Cheesy13 heißt du, also heißt der Gewinner hier. Und du bekommst ein halbes Jahr lang VIP kostenlos. Das ist ungefähr ein Gegenwert von, ja, um die 15 Euro. Ich habe es jetzt in ungefähr 10 Aufnahmen nicht geschafft, auszurechnen, wie viel das ungefähr ist. Ist mir nicht auch egal. Naja, also ein halbes Jahr lang VIP. Und nochmal zum Abschluss nochmal einige weitere Infos. Ja, ich bin gerade so genervt. Man hört sicherlich raus. Ähm, da der Server ab und zu mal ein bisschen laggt, müssen wir noch ein weiteres mal umziehen. Das heißt, wieder eine neue IP. Die IP wird dann morgen bekannt geben. Also morgen einfach versuchen, ganz normalerweise den Server hier rauf zu joinen. Ihr werdet dann irgendwann nicht mehr rauf kommen können. Ganz einfach, weil dann sind wir gerade umgezogen. Aber die neue IP wird euch dann angezeigt. Ähm, und diesmal werden auch die Inventare rüber kopiert. Hoffe ich jedenfalls. Wenn das klappt, dann sollte es eigentlich gehen. Aber, ähm, eben hat es schon mal funktioniert bei meinem Test. Aber halt, das war nur bei meinem Account. Keine Ahnung. Naja, gut, das war es zum Video. Es ist schon wieder länger geworden, als ich es machen wollte. Aber egal. Wir sehen uns auf dem Server. Bis dann.